Gotta admit, Corpo-Kunts got a knack... What the... Fuck! Oh shit. Weißt uns so uns, Johnny. Und somit herzlich willkommen zurück. Das ist Aeropunk 2077. Die grauhe eigentlich nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich mich erinnert habe, weil du ein Manipulator, ein Egotist und ein Cyniker. Ich weiß nicht, dass du ein Manipulator hast. Die Nukle, die du in der Nähe des Unternehmens hast, ohne eine zweite Idee, und keine Ahnung von späteren Erinnerung. Es war Mikoshi, die ich nachdenke. Ich wollte es zerstören. Es gab Sokka viel Zeit, um die Gebäude zu entfernen. Du wusstest, dass viele Menschen nicht mehr sterben würden. Keine Ahnung. Geh ihr Leben für dich selbst. Seascale ist ein Problem. Das stimmt alles ein bisschen. Unberechenbar... Hat ja schon einen Plan. Soll ich das sagen? Ich habe einen Punkt. Ich glaube, wir machen ziemlich das Duo. Nein, wir sind nicht das gleiche. Was ich in Sokka Tower getan habe, keine Sorgen. Keine Ahnung. Ich könnte jemanden mitnehmen. Aber ich kenne horse shit. Was du wissen? Ich habe keine Ahnung, wo ich gehe. Ich bin ein Leben-Legend. Das ist alles, was ich wollte. Es fühlt sich, dass ich kaum zu überleben. Ich habe einen Punkt. Ich habe keinen Punkt. Ich bin ein Leben-Legend. Ich bin ein Leben-Legend. Ich bin ein Leben-Legend. Du hast immer noch eine Chance, um einen zu sein. ... als du stirbst. Was ist auf dem Weltkrieg? Verlust, nicht eine Option, nicht eine Idee. Bis es passiert. Die Tod ist jetzt echt. Es ist nur jetzt, dass ich es weiß. Jetzt? Ich habe ein Jahrhundert, um zu sagen. Mikoshi fühlt sich... Ich weiß nicht. Wie in der Nacht? Lacken Bewusstsein. Keine Meinung nach passen Zeit. Die Zeit nicht markiert. Sie machten, was sie für mich wollte. Ich habe nur noches. Schmerz. 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 Oder... Oder war das deine Todes? Mikoshi. Warum hat Arasaka sogar sogar gebaut? Wenn ich nur in der Kopf der Zubouro gesehen habe. Ah. Ah-ha. Menschen können sich kaufen. Brainfacht. Aber es ist nur in Mikoshi, dass man sich in der Zubouro in der Zubouro. 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 Re-Programm es. Sie haben eine ganze Reihe. Schmerz. Schmerz. Zubouro. 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 Wahrscheinlich benutzen sie jetzt. Wahrscheinlich kontrollieren sie. Also, die Zubouro und Zubouro. Das ist das. Es ist das. Es ist das. Es ist das. Zubouro. 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 Jezo Muniz. Zubouro. 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 Panze. Das ist das Schlimmste. 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 Wenn sie deine Identität verändern. Und du nie wirst, dass du jemand anderes geworden bist. Die Korpsen haben bereits den Weltkrieg genommen. Jetzt kommen sie für uns. Ich verstehe, was du mit mir machst, ist, was Arasaka macht bei Mikoshi. Ja, ich weiß. Das ist, weshalb ich es fixe. Manchmal kann Johnny doch irgendwie nett und sympathisch sein. Let's move. Get back to work. Let's do. Aber die Mehrheit davon ist ein einfachlosen Arschloch. Sorry, Johnny. Aber die ist echt so. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Okay, kurz vor der Stadt. Oh, fuck. Junge, Junge. Aber ich muss echt sagen, was ich immer wieder ziemlich gut finde, sind die Gespräche. Sie sind sehr gut gemacht. Und auch die Musik dahinter ist wirklich ziemlich nice. Stimmt, das ist das gleiche. In einem Hotel. Wo bin ich mit Pennen? In einem Hotel. Wo bin ich mit Pennen? Wo bin ich mit Pennen? Das ist eineぜache Wahrheit. Ich könnte es nutzen. Ich könnte es einen Drink. Ja, sicher. Was das? Was das ist? Wodka, Ale... 24 stout? 21 stout. Einmal kurz. So ist schon besser. Appreciate it. Thanks. Noch ein Schluck und dann weiß das. So. Vielen Dank. Ich gehe dann mal wieder. In die Stadt zu gehen ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht so schlau. Schätze ich mal. Dakota Smith. Wir hätten hier noch ein paar Aufträge. With little help from my friends. Panama Auftrag hätten wir auch noch gleich um die Ecke. Lass mal kurz schauen. Steht da sonst noch irgendwas? Was? 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 finde ich gut. Gehöht die Rutschdistanz. Neun Cyberware Slot für Skelett frei. Denn ich gehe ja eigentlich ein bisschen mehr auf Cyberware und Stealth-Techniken. Von daher ist das sicherlich eine gute Investition. Und ja, theoretisch müsste ich jetzt eigentlich mal meinen Rucksack aufräumen. Aber ja, ist ein bisschen sehr viel. Um das auch alles zu vergleichen und so weiter. Schwierig. Würde ich dann wahrscheinlich eher offline machen oder offscreen. Ja. Wir hätten hier auch noch drei Nachrichten. Gute Yakitoro Night City. Empura Night City billig. Uro Night City. Ramen Leckel. Gibt es in dieser Einhütung nichts zu essen? Ah, da hätte es gestanden, wie oft man klopfen müsste. Pass auf, dass dir niemand folgt. Firma, bitte bestätige mir, dass du das verstanden hast. Wakaka Okada. Ich gebe nur selten zu, einen Fehler gemacht zu haben. Aber heute ist eine Ausnahme. Ich habe deine Entschlossenheit unterschätzt. Deine und Takemuras. Ich bitte aber darum, dass mein Name in dieser Geschichte nicht erwähnt wird. Natürlich beruht das auf Gegenseitigkeit. nicht. Ne ne, alles gut. Ok, hier könnten wir noch Waffen verkaufen. Ist eigentlich auch gut. Für ein bisschen Money. Die ganzen Revolver. Ich würde die jetzt einfach mal verkaufen. Ein paar zumindest. Nicht tödlich, Handyman. Habe ich jetzt eins auf zwei Strottlinden ausgerüstet? 243 Schaden. Holy shit. Ich habe dann einfach 300.000 Euro total. Wahrscheinlich werde ich die Waffen eh alle nicht wie Gebrauchen. Ich habe dann einfach 300.000 Euro total. So, jetzt sind wir wenigstens bei 300. Es reicht. Ich glaube, hier drin waren wir schon mal. Das war für die Garage. Die Pennen benutzt hatte. Thornt und Betriebsanleitung. Wenn wir eh schon hier sind, können wir noch kurz schauen, ob wir irgendein Auto kaufen können, wollen, möchten. Wir haben ja schliesslich so viel Geld. Im letzten Patch kamen ja auch noch neue Fahrzeuge dazu, zum Beispiel diese Porsche hier und, glaube ich, zwei Motorräder. Ich glaube, die hier und die. Oder so, I don't know. I don't want them to have an accident or anything just because of me. That's why you gotta use your head. Don't get creative with the brakes, sure. Ein Offroad-Wagen wäre natürlich gut hier in der Wüste. Aber die kosten fast alle eine Million. Ich weiss, dass wenn wir Aufträge machen, also fixer Aufträge mit den Autos, bekommen wir Rabatte auf die Autos. Judy Alvarez. Hey, wie? Hey, wollte mich nochmal bei dir bedanken für deine Hilfe im Clouds. Will mir gar nicht vorstellen, wie das ohne dich gelaufen wäre. Naja, auf jeden Fall habe ich was, was uns helfen könnte. Kann dir noch keine Details verraten, aber ich melde mich die Tage bei dir. Und ich wünsche dir einen spektakulären Tag. Talking about Revolution. What's new? Heard there was some trouble in Japan town at the parade. Hmm, vielleicht. Können wir gar nicht kurz ein paar? I got you. In 2077, they voted MyCity the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Main. fuckin. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below. That's right, what can you do to live in America? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020